Schildkröten-Gang aufgepasst, im heutigen Video verwandeln wir uns in einen riesigen Drachen. Aber, psch, psch, Freunde, denn meine ganzen Freunde, Orxina und Ussi wissen gar nichts davon. Denn Leute, wir spielen den Drachen-Essen-Simulator, wo man einfach ein Drache sein kann. Aber ich werde als allergrößter Drache spielen. Und dafür werde ich einfach so viele Robots ausgeben, um mir den größten Drachen zu kaufen und meine ganzen Freunde und Fan-Mädchen aufzuessen. Ich würde sagen, schau euch direkt das ganze Video bis zum Ende und wir starten direkt rein. Let's go! Lasst ein Like und ein Abo da. Let's go, Leute. Eins, zwei, drei und... Wow, alle haben geliked und abonniert. Hey, Orxina, hey, Ussi, wollen wir direkt rein starten, oder wie? Oh ja, ganz genau. Auf was wartest du denn? Na los, komm schon. Hey, Orxie, Bube-Bär, ich bin schon bereit. Ich bin so gespannt. Lass uns ein riesiger Drache werden und ich werde der größte Drache. Ich starte direkt. Hihi. Warte mal, was, Orxina? Du startest schon direkt? Nein, ich will der größte Drache werden. Jetzt wartet doch mal. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Alle haben geliked und abonniert. Boom. Alter, Leute, ihr seht schon, wir sind hier direkt als Drache einmal gespawnt. Und was wir jetzt gerade machen können, ist das alles aufessen. Und dich auch, Ussi, komm her, Junge. Bap, 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 bap. Let's go. Leute, wie cool ist das bitte? Wir sind direkt hier als kleiner, roter Drache gespawnt. Unser Ziel ist natürlich, ein richtig großer, grüner Drache zu werden. Denn wir alle wissen, grüne Drachen sind die größten Drachen. Und hier vorne müssen wir dann immer diese kleinen Wesen aufessen, die hier einfach so rum sind. Okay, warte mal, woher hast du das denn gelernt? Gelbe Drachen sind die größten. Warte mal, gelbe Drachen sind die größten, ähm, Ussi, ich habe jetzt schon 100 Power. Wie viel Power hast du? Erzähl doch mal. Ich habe schon 111 Power und du nur 100. Warte mal, was, du hast 111 Power? Ey, was soll das denn bitte? Na los, Leute, ich muss unbedingt schaffen, der größte Drache zu werden. Und jetzt freist dich direkt auf. Und na los, komm schon her, Ussi. Bap, 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 bap. Ich beiß dich, ich beiß dich. Warte mal, du bist ja größer als ich. Schnellflucht, schnellflucht, schnellflucht. Ah, Leute, er ist größer als ich. Oh nein, das ist echt überhaupt nicht gut. So, ich muss ganz schnell weg. Und hier unten ist irgendeiner, Alter, der hat irgendein Schutzschild. Leute, seht ihr das? Wie cool ist das denn? Weil das ein VIP ist. Und Leute, wir werden es heute auch schon im VIP-Rang holen. So, komm her, Ussi, ich fress dich auf. Ich habe eine größere, größere als du. Oh nein, jetzt bist du wieder größer. Oh nein, das kann es doch nicht sein. Hey, Jungs, wo seid ihr denn bitte? Ich bin gerade auch schon voll groß geworden. Und ich werde euch alle auffressen. Warte mal, mich. Einen Moment mal, du willst mich und Ussi aufessen? Jo, man sieht gar nicht auf der Rang. Ey, warte mal. Du bist auf der Rangliste, noch auf Platz 1. Warte mal, ey, Ussi, ich habe gerade irgendeinen Menschen gegessen. Naja, ist mir auch egal, Leute. Gang, Schildkröten-Gang. Ich bin kurz gestummt, ja, Ussi. Schildkröten-Gang, ihr wisst ja, was mein Ziel ist. Ich will der größte Drache werden und die ganze Lobby hier dominieren, um einfach richtig riesig zu werden. Deswegen, Leute, wir werden es gemeinsam schaffen, okay? Geil, Schildkröten-Drachen-Gang, oh yeah. Hm, warte mal, Ussi, du willst der größte werden. Schau mal, kannst du mich bitte küssen? Ich liebe dich doch, mein Bubu-Bär, hihi. Warte mal, Ussi, na, ich sehe dich da vorne. Was machst du denn da hinten? Du stehst ja nur herum. Bist du da etwa am Essen? Oh, jetzt sehe ich, du wirst auch schon voll groß, ne, Ussi? Ja, du probierst richtig groß zu werden, oder? Mhm, ganz genau. Komm mal zu mir, Ussi, Bubu-Bär. Schau mal, was für ein großer Drache ich bin. Und weißt du was? Ich bin einfach dein Fan, Mädchen. Ich liebe dich. Ähm, Orxina, ist ja wirklich schon gut, aber ich werde dich direkt auffressen. Komm her, mam, mam, mam. Ich habe einfach Orxina aufgefressen. Alter, hast du es gerade gesehen? Hey, Orxina, was solltest du das? Was hast du da bitte schön gemacht? Oh man, weißt du was? Ich werde jetzt richtig groß und dich zurück auffressen. Ja, ja, das werden wir ja sehen. Oh nein, Ussi ist da. Lass mich in Frieden, Ussi. Nein, 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 nein. Hey, Ussi, ganz ruhig, okay? Ha, 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 komm her, Orxui. Ich werde dich fressen. Was mein, mich fressen niemals? Mich kriegst du nicht, Ussi. Na los, stell an ihm vorbei, stell an ihm vorbei, na los. Na los, na los, na los. Warte mal, hier vorne ist irgendein Mensch. Und jetzt werde ich dich fressen, Ussi. Ich bin bei Grüße 830. So, was, jetzt kriege ich dich? Oh yeah, und wenn ich dich habe, dann werde ich dich fressen. Ha, 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 ha. Und, na los, bitte, 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 Schildkrötengang. Wir müssen dich schnell fressen. Nein, 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 tu es nicht, tu es nicht. Du bist nicht. Du bist nicht. Alle Like da lassen, alle Like da lassen. Ich habe Hunger, Ussi, ich habe einfach zu Hunger. Na los, alle haben geliked, alle haben geliked, Leute. Hör, warte mal, er ist größer als ich. Ah, stell Rückzug. Ah. Nein. Warte mal, wie hast du das denn bitte gemacht? Das kann es doch nicht sein. Du wurdest von Uffi-Megg Uss gegessen. Was soll das, Ussi? Oh ja, das ist die Rache dafür, dass du mich immer in den letzten Videos immer auffrisst. Oh man, was soll das bitte? Na gut, ich komme gleich wieder, Ussi. Okay, Leute, wir sind direkt gestummt. Ich würde sagen, das war auch mein Ziel. Denn, Leute, wir werden uns jetzt einfach ein richtig krasses Drachenei holen. Oder wir können es sogar direkt riesig machen, aber das können wir auch noch machen, Leute. Als allererstes werde ich mir einfach mal hier drei von diesen mythischen Eiern holen, Leute. Für 700 Robux. Ich würde sagen, kommentiert alle Drachen in die Kommentare, Leute, ob ich das jetzt machen kann. Na los, 3, 2, 1. Schreibt alle Drachen in die Kommentare. Und, Leute, kommentiert euren Roblox-Namen. Let's go. Damit werden wir richtig groß, Leute. Wir öffnen drei mythische Eier. Und mal schauen, was wir bekommen, Leute. Wir bekommen und... Wow! Was? Alter, ich habe richtig krasse Drachen bekommen, Leute. Ich habe einfach einen epischen bekommen. Komm, warte mal, wir haben hier den hier bekommen, Leute, den Lava-Drachen. Oh, yeah. Hä, wenn man nicht den Lava-Drachen bekommt. Naja, ist ja auch egal, Leute. Wir haben hier vorne direkt einmal den Lava-Drachen. Und der ist richtig krass. Davon existieren nur 200 Stück, Leute. Oh, yeah. Ist das nicht mega cool? Checkt das mal ab, Leute, was ein cooler Drach das ist. Okay. Hey, Ussi, ich komme wieder rein, ja? Oh, ja, dann bist du wieder bei Level 1. Mhm, du wirst ganz am Anfang standen. Ich bin schon viel größer als du, Orks. Und ich werde dich auch fressen. Hi, hi, hi. Ja, ja, das werden wir ja sehen. Ich komme jetzt rein, Leute. Und boom, Leute, wir sind direkt drin. Und man sieht es direkt. Alter, Leute, wir sind einfach direkt ein super süßer Lava-Drache geworden. Alter, wie süß sind wir denn bitte aus, Ussi? Ich bin wieder drin. Und, äh, ein Moment mal. Was? Du bist ja schon voll riesig. Du bist einfach, hä? Du bist aber auf 4000 Auxilus, auf 600 schon. Und ich bin erst auf 60. Okay, Leute. Aber ich werde mich wieder nach ganz oben arbeiten. Und viel größer werden. Oh, warte mal. Da vorne bist du, Ussi. Schnell hier in den Bunker rein. Schnell in den Bunker rein, Alter. Was hast du da eigentlich ganz in Zeit gemacht, als du gestumpft warst? Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich Auxilus irgendeinen richtigen OP-Skin geholt hat und uns jetzt alle fressen wird, oder nicht? Ussi, kann das sogar sein? Niemals, weil er hat gar nicht die Macht dazu. Nein, 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 nein. Leute, was redet ihr bitte? Ich will euch doch nicht fressen. Wie kommt ihr denn bitte darauf? Ey, Schildkröten-Gang. Schreibt mal bitte alle in den Kommentaren. Oh ja, Ussi, wie kommst du denn darauf? Ich will die doch nicht auffressen. Oder, Leute, lasst mal ein Like da, oder nicht? Hm, Auxi, ich bin hier vorne, ne? Ich sehe dich. Ich warte mal, du hast so eine richtig komische Farbe. Boah, siehst du lecker aus. Komm her, ich fress dich, Baby. Nicht fressen? Boah, lass mich entfrieren. Ah, Leute, Auxi, da kommt auch mich zu. Auxi, nein, du kannst die Belohnungen noch einfordern. Warte mal, die Belohnungen. Alter, Auxi, lass mich einfach in Ruhe. So, bam, direkt abgehangen. Alter, Auxi, da vorne kannst du erst mal stehen bleiben. So, die macht jetzt irgendwas mit den Belohnungen sehr gut. So, ich würde sagen, Leute, ich muss unbedingt schaffen, auch viel, viel größer zu werden. Und ich habe schon eine Idee, wie ich der allergrößte werden kann. Und zwar, Leute, werden uns gleich hier im Shop einfach richtig viel Größe kaufen. Oh, yeah. Ernsthaft? Oh, nein, das wirst du niemals. Hm, warte mal, was meint Auxi? Er will uns fressen. Warte mal, ist das etwa dein Ziel von Anfang an, dass du uns fressen willst? Hm? Oh, ja, ganz genau. Das ist dein Ziel. Das habe ich gerade auch gehört. Ähm, ja, Leute, ich sage euch mal die Wahrheit. Ja, natürlich ist das mein Ziel. Und warte mal, wer ist eigentlich Platz Nummer 1? Jetzt mal ganz ehrlich. Es ist niemand geringeres als ich, Billy Pups. Ich bin Platz Nummer 1. Warte mal, was, Billy? Du bist Platz Nummer 1? Oh, nein, Leute, ich muss der größte Drache werden, um jeden zu fressen. Alter, Billy ist einfach Platz Nummer 1. Du hast das gerade gehört, Bro. Seit wann ist Billy hier bitte schön drin? Und seit wann heißt der Galakus? Aber Billy ist, Billy hat sich einfach Galakus genannt, und ist einfach Platz Nummer 1. Ganz ehrlich. Ich werde verfolgt von irgendjemandem, von einem grünen Drachen. Alter, ich will auch so ein cooler Drache werden, Leute. Und bevor du es einfach Unkrieg, glaube ich. Schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier, Ich muss unbedingt überleben. Und schau mal, Hier sind immer so manchmal ein paar Roblox-Spieler, Leute. Die müssen wir einfach auffressen. Ha, das war lustig. Oh, nein, da kommt der auf mich zu. Ich muss mir ein Schild kaufen. Ich muss mir ein Schild kaufen. Ussi, ich muss mir ein Schild kaufen. Patz, jetzt kriegt er mich nicht. Oh, yeah, Baby. Na los, Leute. Ich habe ein Schild mir einfach gekauft. Du hast dich gerade einfach gerettet. Ich bin quasi ungesiegbar. Warte, lass mich den fressen. Ussi, lass mich an hier vorbei. Bitte fress ihn, bitte fress ihn, bitte fress ihn. Na los, na los, na los. Jawohl, Ussi, bester Mann. Hi, hi, hi. Ussi, wir halten zusammen, Gorsi. Warte mal, ich wurde fast gefressen. Hier ist auch einer bei mir. Ich muss doch manchmal den Schlechten helfen. Oh, Mann. Warte mal, was soll das denn jetzt bitte heißen? Alter, ich glaube, Ussi wird gerade einfach gefressen, die Arme. Nee, die ist hier noch drin, Leute. Okay, ich würde sagen, ich muss unbedingt probieren zu gewinnen, Leute. Ich muss unbedingt schaffen, viel, viel größer zu werden. Denn es kann doch nicht sein, dass meine ganzen Leute viel größer sind. Ist das da von Ukri? Hä, da von ist einfach Ukri. Ja, Ukri, Bro. Das war Ukri, ich will ihn auch fressen. Hier war gerade Ukri drin. Ey, Leute, spulten wir alle ganz kurz zurück. Das war Ukri, 100%. Alter, das sah so krass aus wie Ukri. Jo, ich habe einfach Ukri aufgefressen. Okay, Moment mal. Ussi, du bist ja auch der Größte geworden. Ist das dein Ernst? Hey, Ussi hat nicht gegessen. Was soll das? Äh, Ussi, wie hast du das bitte gemacht? Du denkst, du bist der King? Ich bin der King. Naja, Ussi, du hast recht. Eigentlich wird man gar nicht der Größte, sondern man verbrennt ja einfach alle Sachen. Das heißt, man isst die Sachen nicht, sondern man verbrennt die. Du hast ja recht eigentlich. Hey, guck mal, da vorne ist Ukri oder nicht? Ist das nicht Ukri da vorne, Ussi? Das sieht doch eins so aus wie Ukri, finde ich, oder nicht? Oh ja, ich auch. Das ist Ukri. Sein Drache ist irgendwie blau. Wartet mal. Nein, 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 Ussi. Hier vorne sitzt da. Leute, ich bin mir sicher, dass es Ukri ist. Hä, das ist einfach Ukri. Leute, was macht Ukri da drin? Schau mal, der ist hier vorne. Der läuft einfach gegen die Wand. Ussi kommt auf dich zu. Okay, lass mal ganz schnell weglaufen hier. Warte mal, Ussi. Na los, Ukri, komm her. Ussi, ich hab ein Schutzschild. Mich kriegst du nicht. Haha. Du hast einen Schutzschild. Das kann es doch nicht sein, Mann. Ussi hat mich gefressen. Ussi ist jetzt gerade der Größte. Oh Mann, ich komme wieder rein und dann werde ich viel, viel größer. Hahaha. Oh Mann, Leute, das kann es doch eigentlich nicht sein, dass Ussi gerade so riesig geworden ist. Ich muss unbedingt schaffen, ihn zu fressen, Leute. Denn wenn ich ihn gefressen habe, dann bin ich der Größte. Oh ja, alle anderen sind schon geragetet und verlassen, weil ich einfach der Größte bin. Ich kann ja immer am Glücksrad drehen, Leute. Wir kriegen nochmal ein Schutzschild, oder? Was kriegen wir? Nee, wir kriegen nochmal zwei Spins, oder? Ja, zwei Spins nochmal. So, wir drehen direkt ran, Leute. Und nebenbei, da vorne ist ein Drache, den wir nicht fressen können. Da müssen wir unbedingt dran vorbeilaufen. Der ist ein bisschen größer als wir. Aber, Leute, ich hab ne Idee. Wenn wir hier jetzt gleich die ganzen Sachen fressen, dann haben wir diesen Turbo Boost, oh ja. Und damit könnten wir es eigentlich schaffen, ihn zu essen, oder nicht? Ja, ich bin größer als er, Leute. Okay, ich würde sagen, ich mache hier noch die ganzen Sachen einmal kaputt und jetzt sehe ich den Typen da vorne. Ey, warte mal, Billy, bist du das? Yo, ich verstehe mich hier. Dann lass mich einfach in Ruhe, Orgzi, bitte. Ich soll dich also in Ruhe lassen. Niemals! Komm her, Billy Furz! Let's go! Ich werde dich auffressen! Was, meinst du, du gehst gerade Billy auf? Wow! Ich hab Billy gegessen, Junge. Das war's mit dir, Billy. Alter, Leute. Wir haben einfach gemeinsam Billy auf gegessen. Let's go. Wie cool ist das, bitte? Hey, Orgzi, Bubu Bär. Du hast ja voll den kunstigen Rohr. Siehst du gut aus? Warte mal, ich sehe gut aus? Einen Moment mal, Orgzi, du siehst ganz schön gut aus. Ich hab Hunger. Komm her, Orgzi, na, Pah! Warte mal, was? Ich hab direkt Orgzi aufgefressen. Das war's mit dir. Hey, warte mal, was sollte das? Oh Mann, hey, Usi, du musst ihn fressen gehen. Na los, friss schon Orgzi auf. Er soll nicht aufessen. Warte mal, Orgzi, auffressen. Usi, willst du mich echt aufessen? Willst du das echteres Kind oder wie? Willst du das echteres Kind oder wie? Ich muss ganz schnell lernen, ich muss ganz schnell lernen, ich muss ganz schnell lernen. Ja, ich glaube schon, weil du bist ja eigentlich voll schlecht gerade. Warte, schau mal, ich fress die anderen auch auf. Oh nein, du hast recht. Usi ist einfach bei Größe 10.000 Leute und frisst die ganzen Leute auf. Ey, Usi, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Alter, du drehst ja völlig durch. Okay, Leute, wir müssen irgendeinen Trick machen. Wow, na los, komm schon her. Drei, zwei, eins, lass mich entfrieden, Usi, lass mich entfrieden. Okay, Leute, ich hab ne Idee. Drei, zwei, eins, es muss funktionieren. Und doppelte Geschwindigkeit. Let's go. Ich bin größer als Usi, ich fress dich auf. Junge, wenn ich dich jetzt krieg, Usi, dann war's das mit dir. Na los, na los, na los. Ich werd dich verbrennen, ich werd dich verbrennen. Alle, du schliken, damit er mich nicht kriegt. Was redest du, Leute? Alle like da, lass doch ein bisschen Kriege. Schnell, 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 lasst ein like da, Leute. Schnell, lasst ein like da. Jawohl, alle haben geliked. Und damit bin ich der größte Drache. Und ich fress meine ganzen Freunde auf. Da vorne ist noch jemand, den ich fressen möchte. Komm schon her, Bro. Alter, Leute, ich bin einfach bei Größe 20.000, Junge. Was hab ich gemacht, um das hier zu verdienen? Jetzt mal ganz ehrlich, ich bin grad der größte Drache, den es überhaupt gibt, oder nicht? Oxi, wie, hast du das bitte schön gemacht? Das kann doch nicht einfach sein, dass du einfach so groß geworden bist aus dem Nichts. Das kann's doch nicht sein. Na klar, Usi, und weißt du was? Mein Ziel war es, von Anfang an der größte Drache der Lobby zu werden. Um dich, Oxina, Ukri, die ganzen anderen Freunde, Matwi, Arnold, Billy, jeden Einzelnen von euch zu fressen. Sogar Nelly und Lea werde ich heute noch auffressen. Und auch Carsten wirst du auch auffressen? Auch Carsten. Und jetzt bist du erst mal dran, Usi, komm schon her, Junge. Ah, nein, alle liken und abonnieren. Ich werd jeden fressen und jeden verbrennen. Ey, Usi, Junge, grad eben wolltest du noch das Video disliken, Alter. Was ist eigentlich los mit dir? Warum sagst du so etwas? Ich dachte, das bringt was, weil dann werde ich halt nicht aufgefressen, oder nicht? Oh Mann, das kann's doch nicht sein, dass Oxi Bubu Bär so groß ist. Hey, Oxi, kannst du mich bitte fressen? Ich liebe dich. Ey, Oxina, langsam reicht es mir wirklich. Leute, in jedem Video sagt Oxina irgendwas mit heiraten oder mit lieben. Oxina, lass uns doch einfach bitte normal spielen. Lass uns einfach ein Bettchen machen. Als Riesenrache kann ich sogar, glaube ich, hier vorne direkt das Haus fressen. Alter, ich hab einfach das Haus verbrannt. Oha, okay. Usi, an die anderen Leute, ich glaub, ich will euch fressen gehen. Was meinst du? Leia! Bei mir ist einfach Leia! Leute, Leia ist einfach drin. Wir werden Leia auch noch auf Essen. Oh ja, ich werd jeden fressen, Leute, das ist heute mein Ziel. So, bam, ich muss richtig riecht werden. Bam, 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 bam. Alter, da vorne ist echt Leia. Leia, warte mal, ein Moment mal. Hey, ich glaub's nicht, Leute, das ist bei mir einfach auch Leia. Ist das wirklich Leia oder was? Leia, bist du das? Ne, das ist nicht Leia, oder? Oh, ich hab's verbrannt. Egal. Oh nein, schnell weg! Oh nein, schnell weg! Mein Ziel ist es, meine ganzen Freunde zu fressen und ich will dich unbedingt auffressen. Es bleibt schon stehen hier. Warum hast du dann nicht Leia gerade aufgefressen? Ist sie nicht dein Freund? Hä? Leia ist natürlich mein Freund, aber Leia ist halt... Na ja, du weißt doch, dass ich Leia mag. Und außerdem hab ich sie verbrannt, Junge. Was redest du? Oh Mann, was hast du gerade gesagt? Oh Mann, das kann's doch nicht sein, Orxy. Du bist so groß geworden. Arm, und damit würde ich sagen, ihr da vorne, ihr beide seid ab jetzt meine Handlanger. Habt ihr mich verstanden, ihr zwei? Ei, ei, Captain! Warte mal, was? Handlanger? Aber hinter uns kommt ein böser Drache. Was will der von uns, Orxy, Bubu-Bär? Oh nein, ich hab Angst. Oh Mann, hey, hab mal zu, Leute. Keiner kann uns fressen. Wir werden jetzt eine große Drachenfamilie, okay? Denn ich möchte Frieden im Land der Drachen haben. Ich, Drachenkönig Orxy, sage Frieden, okay? Ich schreibe sogar rein. Wir haben Frieden. Oh yeah. Keiner frisst einen. Keiner frisst einen. Let's go, Leute. Oh yeah. Das ist unser Ziel. Wer andere frisst, wird von King Orxy gegessen, Junge. Denn ich möchte endlich hier im Drachenland Frieden haben. Wer frisst, der geht. Oh Mann, na gut, Orxy, Baby. Du bist so gut. Ich würd sagen, ab jetzt haben wir Frieden im Drachenland. Und wir werden für Recht und Ordnung sorgen, okay? Ja, ganz genau. Das werden wir sowas von machen. Aber wisst ihr was, Leute? Der Videotitel ist, ich werd zum größten Drachen und fress meine ganzen Freunde. Oh, komm her, Orxy. Dann los, Freck, deck auf. Let's go. Nein. Bam, ey, das war's mit dir. Warte mal, was? Nein, Orxy, lass mich entfrieden. Entfrieden lassen auf gar keinen Fall. Und Pats, komm her, Orxy. Okay, Leute, darf ich sagen, schönen guten Tag. Falls es dir gefallen hat, lass damit ein Like und ein Abo da. Wir sind der größte Drache geworden. Haben unsere ganzen Fan-Mitglieder und Freunde gegessen. Oh ja, Like und abonnieren. Like und abonnieren. Drückt aufs nächste Video drauf, Leute. Und ab jetzt werden wir hier Frieden im Drachenland haben, okay? Keiner darf mehr jemanden essen. Tschüss, Leute. Abonniert. Drückt aufs nächste Video hier drauf.